Wie fühlt es dir, dass du der Winner des Tournament 4hills? Es ist ein tolles Gefühl für mich. Es waren meine ersten World Cups. Dass ich 2x und 4hills gewinnen kann. Es ist ein tolles Gefühl. Wenn jemand gesagt hat, dass du der Winner des Tournament 4hills bist, was würdest du sagen? Ich denke, dass ich mich liebte. Ich habe nie gedacht, dass es so sein könnte. Warst du sehr stressig vor dem letzten Turnamen des Tournament? Nein, es war ein tolles Gefühl. Es war ein tolles Gefühl. Ich hörte die Leute im Stadion. Es war ein tolles Gefühl. Es war ein tolles Gefühl. Es war nur ein Kampf zwischen dir und deinem Kollegen, Thomas Morgenschen. Es war ein tolles Gefühl. Es war wohl ein Austausch. Es war wohl ein Austausch. Es war wohl ein Austausch. Es war wohl nicht ein Kampf. Es war wohl ein Austausch. Es war wohl ein Austausch. Es war wohl ein Besatz. Es war wohl ein Besonderes Gefühl. Ja, an meiner Familie und an meine Freunde. Vielen Dank, gratulieren. Danke.